Und jetzt ist sie da. Herzlich willkommen, Beatrice Egli. Danke vielmals, ich freue mich hier zu sein. Sehr schön. Du weisst es von bei uns immer mit einer Behauptung. Jetzt bin ich gespannt. Du bist die Schlagerstrahle-Frau der Schweiz und doch hast du im letzten Covid-Jahr sicher einmal einen starken Partner an deiner Seite vermisst. Ja, sicher. Also ich glaube generell die Nähe vermisst. Aber weisst du, gerade in diesem Jahr wird es einem dann bewusster? Ich denke schon, in diesem Jahr wird es einem noch bewusster, weil man plötzlich Zeit hat für genau das, wo man sich jahrelang keine Zeit genommen hat. Und ja, sicher. Und ich glaube, eine starke Schulter hätte jeder jetzt gerade gebraucht. Doch eher intensiver Zeit. Ist es vielleicht aber auch so, dass du nicht in einer Beziehung bist, weil du so immer auf deinem Überholspurweg bist? Ja, es hat sicher auch seinen Preis, ständig unterwegs zu sein und immer dran zu sein. Und vor allem nie irgendwo länger als 8 Stunden zu sein. Das bringt natürlich auch etwas mit sich. Und ich durfte das ganz viel erleben und gesehen. Ich habe es genossen, aber es war sicher auch schwierig, jemanden kennenzulernen. Wenn ein Partner, dann soll es ja recht sein, was muss der so mitbringen? Den lasse ich dir in der Ordnung. Warum willst du das eigentlich alles? Wird schon wundern, nach diesen Vorgesprächen. Ah ja, willst du wieder alles wissen? Ja, also sicher bodenständig, ehrlich, direkt, zielstrebig und ganz viel Herz natürlich. Und ein Genussmensch. Welche Attribute, die du mitbringst? Das ist cool. Gut, du reitest ja vor einer absoluten Erfolgswelle. Du hast erst gerade dein drittes Swiss Music Award abgestaubt als Best Female Act. Ja. Meine Schweiz, meine Heimat. Meine Schweiz, meine Heimat. Und ja, den Titel haben wir jetzt gerade gehört. Können wir ihn noch einmal hören? Es hat nicht gut getönt, ha? Es ist schon vorbei. Du weisst schon, wie er getönt, ha? Auf jeden Fall. Ähm, da erkennt man nämlich eines. Bei diesem Song, du redest nämlich Schweizerdeutsch. Ja. Was ist der Grund? Wie kommt das auf einmal? Man kennt dich eigentlich wirklich so als hochdeutsche Schlagersängerin. Ja, also bei mir war es so, ich habe beim letzten Album einen Song auf Schweizerdeutsch gemacht. Und dann habe ich gesagt, irgendwann mache ich ein Album auf Schweizerdeutsch. Mir hat es so Spass gemacht. Und irgendwann ist es wahnsinnig schnell gekommen durch den Lockdown. Und die Zeit, die ich plötzlich hatte, und meine Zeit habe ich genutzt. Und ich habe ein Schweizer Album gemacht. Und es hat sich auch so ergeben. Ich hatte plötzlich so viel Zeit. Und die Wertschätzung in so einem Land während dem Lockdown durften, ist natürlich wirklich wunderschön. Und ich bin so dankbar, dass ich hier zu Hause sein darf. Und dass meine Schweiz meine Heimat ist. Ja, ja. Und so ist eigentlich der Titel auch entstanden. Aus dieser völligen Dankbarkeit, vor allem in so Krisenzeiten, dürfen hier zu Hause sein. Schön. Und du hast an alle gedacht bei dieser Dankbarkeit. Und darum würde ich sagen, es ist nämlich noch mal etwas aufgefallen bei dem Lockdown-Dosen-Novel rein. Oh, oh, oh... Oh, oh, ist es so wunderbar... Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh... Nein, nein. Passt du? Nein, passt du. Ich kann nicht wirklich reden. Wo hast du denn so schnell gelernt und wie? Es ist noch speziell. Ich hatte so schlechte Noten in der Schule mit Französisch. Italienisch hatte ich gar nicht. Und beim Singen fällt es mir wirklich so verleichter. Ich hätte damals einfach auf meine Wokis singen sollen. Dann wäre es okay gewesen. Ich habe ganz gute Noten geschrieben. Es ist einfach eine schöne Sprache zum Singen. Beide Italienisch und Französisch sind so schön. Und Schweizerdeutsch finde ich geil. Es hat so schönen Dreck drin. Und dort ist man halt auch Sattelfest. Ja, dort bist du zuhause. Morgen kommt jetzt dein Gold Edition Album raus. Eigentlich das gleiche Album wie das, das im August rausgekommen ist. Plus sechs neue Songs und noch ein paar Kleinigkeiten für die Fans. Dann ist er gedacht, es sind keine Konzerte gelaufen dieses Jahr. Du wolltest noch mal eine Kasse machen. Ich wollte noch einmal Gold feiern. Ich habe mich riesig gefreut, dass natürlich mein Album auch Gold gegangen ist. Ja. Und es kam sehr viel die Frage, sie wollen meine Schweiz, meine Heimat mit mir singen. Und darum hat es jetzt Instrumente drauf, die die Leute singen können, die es nicht mit mich hören, die es selber singen können. Und ich musste etwas nachholen. Und zwar habe ich nicht Retro Manisch gemacht. Und Retro Manisch hat gefehlt. Und jetzt ist Amelie, die Freundin von meinem Neffen, sie sind fünf Jahre alt auf dem Album. Retro Manisch, ein wunderschönes Gedicht. Und Retro Manisch ist jetzt auch auf dem Album. Das ist schön. Du hast an alle gedacht. Ja, redest du Retro Manisch? Leider nicht. Ah, schau. Schau. Dann hätte ich nämlich bessere Franz- und italienische Noten können. Eben, oder? Das ist natürlich alles. Oder ich hätte dich gefragt, ob du ein bisschen Retro Manisch auf meinem Album singen. Ja, hätte ich gedacht. Dann würde ich sowieso gerne mal das Gast-Sende mitmachen. Hey, hey, hey. Jetzt gesagt. Da kommt ein Gold, Gold, Gold in der Tasche raus. Wer weiss. Das wäre super Gold mit dir drauf, oder? Ich hoffe es. Mit einem tiefen Stimpf. Vielleicht kann ich dich unterstützen. Du, jetzt hör mal. Ganz spannend finde ich ja, dass du eigentlich aufs Matterhorn willst. Ja. Und du hast die Bombe gestern Platz gelassen. Gottes Willen, ja. Und jetzt gilt es ernst. Es gilt ernst. In welchem Rahmen, warum tust du dir das an? Also es gibt den 100% Woman Peak Challenge. Das ist alle 48,4 Tausende in der Schweiz werden von Frauen und mit Frauen bestiegen. Und ich wurde gefragt, ob ich diese Kampagne unterstützen würde. Und sozusagen für diese auch Werbung machen. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich fand, hey, das ist ein mega cooles Projekt, dass so viele Frauen miteinander stark sind und sich miteinander zu neuen Zielen antreiben und miteinander das machen. Und ich gehe jetzt ganz vorne mit dabei aufs Matterhorn. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Gestern, als ich rausgekommen, dachte ich, oh Gott, jetzt wei, jetzt wissen Sie alles, jetzt gilt es ernst. Jetzt musst du es. Ja, jetzt muss ich. Ich freue mich. Und gleichzeitig habe ich auch wirklich teilweise ein bisschen herzerre, als ich so, oh mein Gott, wie schaffe ich das? Hast du keine Höhenangst? Nein, Höhenangst geht noch. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass der Schnauf nicht reicht, bis die Luft wird immer dünner. Und ich habe auch ein bisschen Respekt vor dem Steinschlag. Und die Tochter, er hat einfach seine Gefahren. Aber Höhenangst hast du, glaube ich? Höhenangst habe ich. Machst du das für dich? Weisst du, ist das etwas, was du dir beweisen willst? Ja, ich brauche immer wieder Ziele. Vor allem jetzt in dieser Zeit, in der nicht so einfach ist, und die Bühne fällt mir wahnsinnig. Ich merke, es tut mir einfach ein gutes Ziel zu haben und am Morgen Gas geben und gleichzeitig auch für die Frauen und mit den Frauen diese Verstärkung rauszuholen. Ich finde das etwas Wundervolles. Und ich glaube, dass wir Frauen noch viel mehr zusammenstehen können und gemeinsam noch mehr erreichen können. Absolut. Und genau in so Extremsituationen wie an einem Berg schweisst das einem extrem zählen. Ja, ich denke es auch. Toll machst du das. What up! Und am Leben noch mehr erreichen können. Absolut. Und genau in so Extremsituationen wie an einem Berg schweisst das einem extrem zählen. Ja, ich denke es auch. Toll machst du das. What up! Und wer weiss, vielleicht begleiten wir ja mit G und G. Ah ja. Beatrice Egli mit aufs Matterhorn. Ich werde wahrscheinlich nicht dabei sein. Nicht, oder? Mit deiner Höhenangst wäre schwierig. Bei aller Linie. Aber in Gedanken wir spielen. In Gedanken unterstützen dich. Ja, nein, es war sehr toll, bist du hierher gekommen. Danke vielmals. Danke hast dir Zeit genommen und bis bald. Habe Sorgen. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Ja, sehr gerne. Tschüss. Merci vielmals.